Mir scheint manchmal, dass die meisten Grower sich, zumindest zu Beginn, am meisten auf jene Faktoren konzentrieren, die eigentlich den geringsten Einfluss auf richtig gute Ergebnisse haben. Angeführt von, wer hätte es gedacht, dem Licht. Verstehen mich nicht falsch, Qualität und Effizienz der LED haben natürlich Einfluss aufs Ergebnis. Mehr als ein paar Prozent, zumindest unter den namhaften Herstellern, sind's dann aber auch nicht. Und logisch, bei unserem wunderschönen Hobby ist jedes einzelne Prozent Gold wert. Und mit einer guten LED verschafft man sich von Beginn an einen ständigen und langfristigen Vorteil. Man darf dann nur nicht in die Falle tappen und sich zu sehr auf die LED allein verlassen. Das kann schnell passieren, immerhin ist die Beleuchtung in der Regel ja die größte Ausgabe. Ein erfolgreicher Grow lässt sich aber halt nicht kaufen. Gutes Licht ist Potenzial, das es zu nutzen gilt. Es versteht sich hoffentlich von selbst, dass man die Lampenstärke an die Zeltgröße anpasst, Zelt und Lampe mit entsprechender Belüftung kombiniert. Hochwertige, für unsere Lieblingspflanzen entwickelte Erde und Dünger verwendet. Das sind die Basics für den Erfolg. Ein weiterer Faktor, nur in Zusammenhang mit dem Licht, wäre, dass man ein wenig Intelligenz integriert. Ich denke dabei an Sachen wie Sonnenaufgangs- und Untergangsfunktionen. Ein solcher Bluetooth-Dimmer kann nicht nur das Ergebnis verbessern, sondern reduziert auch den Stromaufwand. Also unterm Strich höhere Effizienz. Die zurzeit einzigen Hersteller mit dieser Funktion sind Sunlight und HortiOne. Den Sunlight-Bluetooth-Dimmer dürfte ich persönlich testen und muss sagen, das Teil kann schon was. In Sachen Belüftung könnte man noch ein paar Prozent rausholen, wenn man eine Temperatursteuerung mit reinnimmt. Muss auch nicht mal übertrieben teuer sein, bei Lüftern zahlt man wesentlich mehr für Laufruhe als für Regelung. Ihr seht schon Leute, es zeichnet sich ein Trend ab. Preiswertes und Premium-Equipment unterscheiden sich im Ergebnis am Ende nur geringfügig. So auch beim Zelt. Dort muss ich den günstigeren sogar eindeutig bessere Noten ausstellen. Die Lichtreflexionsgrade machen am Ende keinen so großen Unterschied. Ihr Verhalten in Sachen Wärmereflexion schon eher. Bevor es weitergeht, vielleicht habt ihr einen kurzen Moment für den Daumen. Dankeschön. Ich habe ja schon öfters erwähnt, dass ich weiße Innenbeschichtung hauptsächlich im Sommer nehmen würde, eben weil sie weniger Wärme reflektiert und das Innere der Growbox etwas kühler bleibt. Andererseits ist der Sommer in Sachen Luftfeuchtigkeit eine Qual. In Sachen Temperatur insgesamt auch. Was uns zum nächsten Punkt bringt, nämlich dem Klima beziehungsweise der Jahreszeit. Viele Grower lassen den Sommer für den Indoor-Grow kategorisch aus. Und sie tun gut daran. Die günstigsten Bedingungen liefert in der Regel der Herbst. Frühling funktioniert auch ganz gut. Bei kühleren Temperaturen im Winter heizt die Growlampe immer noch. Sommer ist einfach schwierig. Und wir reden nicht mal von kleinen Prozentsätzen Unterschied. Ohne zusätzliche energiesaugende Kühlung und Entfeuchtung kann dasselbe Setup mit den gleichen Pflanzen im Herbst gut und gern doppelt so viel liefern wie im Sommer. Also der Unterschied ist enorm. Dies sei ein wenig relativiert durch die Auswahl der konkreten Sorte. Es gibt Pflanzen, die mögen es. Mediterran heißt es meistens. Solche Sorten kann man auch im Sommer ziehen. Im Schnitt werden die anderen Jahreszeiten, vor allem der Herbst, aber wesentlich bessere Ergebnisse bringen. Es sei in Sachen Jahreszeit noch erwähnt, dass ich hier von mitteleuropäischen städtischen Gegenden ausgehe. Dort ist es im Schnitt natürlich wärmer als im Grünen und viel wärmer als zum Beispiel auf 1000 Meter Höhe. Die meisten von euch leben aber städtisch. Ich muss hier also etwas generalisieren. Städtische Gegenden haben andererseits wieder den minimalen Vorteil, für die Pflanzen zumindest, dass ein generell höherer CO2-Gehalt in der Luft herrscht. Damit wären wir beim nächsten Punkt. CO2-Supplementierung. Grower stellen sich das Projekt auch schon mal gerne ins Schlafzimmer. Vom symbiotischen Effekt zwischen Mensch und Pflanze ist die Rede. Also Austausch von CO2 und Sauerstoff. Das ist auch einer der vier Gründe, warum ich kleine Kleiderschrankprojekte so mag. Will man einen deutlicheren Effekt, muss man ein wenig nachhelfen. Es gibt für verschiedene Dimensionen und auf unterschiedlichem Niveau jeweils angepasste Lösungen. Bei dem Punkt will ich das System von FridgeGrow noch kurz nennen. Die haben ein System entwickelt, mit dem man ausrangierte Kühlschränke in voll automatisierte Grow-Schränke umbaut, in denen Pflanzen ohne Frischluft nur mit CO2 wachsen. Richtig interessant. In Zusammenhang mit dem Klima muss man die Luftfeuchtigkeit fast nochmal extra erwähnen. Vor allem in den letzten Blütewochen tragen niedrige Werte ja enorm zur Harzbildung bei. Beste Maßnahme ist wie gesagt die Wahl der Jahreszeit. Doch man kann natürlich nachhelfen. Stofftöpfe oder Airpods können aufgrund ihrer Eigenschaften die Menge der benötigten Erde reduzieren. Ich traue mich zu diesem Zeitpunkt nicht behaupten, dass sie direkt das Ergebnis verbessern, aber eine Geldersparnis bei der Erde und später im Volumen bei der Entsorgung ist definitiv eine Erhöhung der Effizienz. Dass größere Töpfe automatisch den Ertrag begünstigen, kann ich auch nicht ganz unterschreiben. Eigene Erfahrungen und Berichte widersprechen dem bisher. Qualität und Beschaffenheit des Gießwassers? Klar, da ist man zu einem gewissen Grad an die Örtlichkeiten gebunden. Der deutschsprachige Raum ist zum Glück einigermaßen gesegnet. Es gibt aber noch Raum für Optimierung. Ich verlinke euch die jeweiligen Videos zu den letzten Punkten in der Videobeschreibung. Ein anderer Punkt, der zwar nichts mit dem Anbau, am Ende aber dennoch wesentlich mit der Effizienz zu tun hat, wäre die Wahl der Konsummethode. Konkret die Verwendung eines Vaporizers statt dem Joint. Erhöhung der Effizienz? Gut 100%. Und ja, der Vaporizer ballert etwas weniger. Anwender berichten aber auch von einer klareren Wirkung. Und nach dem Vapen kann man das Material immer noch rauchen oder verkochen. Weiterer, sehr, sehr wichtiger Punkt. Vorbereitung. Es herrscht ja das generelle Credo, dass man vom ersten Grow nicht allzu viel erwarten soll. Man lernt. Was im Umkehrschluss aber wiederum bedeutet, dass je besser man sich vorbereitet und informiert, desto mehr kann man auch gleich von Beginn an rausholen. Und auch dabei geht's um relevante Zahlen. Der Unterschied zwischen einem auf gut Glück und gut vorbereitetem Grow kann mehrere hundert Prozent ausmachen. Trainings- und Schnitttechniken sind eigentlich erst was für Fortgeschrittene. Eine Technik allerdings, die man recht sicher auch schon beim ersten Grow anwenden kann, wäre das Lollipopping. Also das Entfernen der unteren Blätter und kleineren Zweige. Ziel der Maßnahme? Die Pflanze investiert mehr ihrer Energie in die Blütenbildung. Potenzielle Erhöhung des Ertrags? Im Schnitt angeblich gut 20%. Die zweite Technik, bei der man gezielt Teile von Pflanzen zugunsten der Blüte entfernt, wäre das Entlauben. Dabei entfernt man in der Blütephase bewusst große Blätter, die den unteren Blüten das Licht nehmen. Dies ist allerdings mit Risiken verbunden. Viele Grower stellen die Maßnahme vollständig in Frage, also muss zu Beginn nicht sein. Ein offensichtlicher, sehr, sehr wichtiger, jedoch stark vernachlässigter Punkt ist die kontinuierliche Sorgfalt und eine gewisse Disziplin. Man kann alles optimiert haben mit Premium-Komponenten, beste Erde, bester Dünger, ideale Bedingungen, CO2. Wenn man sich nicht regelmäßig und sorgfältig um die Pflanzen kümmert, nicht gießt, weil man vielleicht schon zu müde ist, den Abstand der Beleuchtung nicht anpasst, weil man gerade kein Maßband holen will, ständig vergisst das Gießwasser vor Verwendung ruhen zu lassen, die Düngemenge ungenommen ist, Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht im Auge behält, die Liste der potenziellen Nachlässigkeiten ist lang. Es verhält sich mit den Pflanzen wie überall im Leben. Wenn man Dinge zwar weiß, sie aber nicht umsetzt, wenn sie umgesetzt werden sollten, wird der Erfolg leiden. Ich gehe es sogar so weit, zu sagen, dass der unerfahrene, sorgfältige Grower dem erfahrenen, nachlässigen überlegen ist. Unterschätzt das nicht, Leute. Der Grow ist an einem Tag gestartet. Doch es braucht drei Monate Disziplin und Hingabe, ihn erfolgreich zu beenden. Fast genauso wichtig oder zumindest langfristig wertvoll ist eine gewisse Nachbearbeitung. Also reflektiert während und nach dem Grow, was funktioniert hat und was nicht. Vergleicht eure Erfahrungswerte mit denen anderer. Also bleibt in Kontakt mit der Community und werdet besser. Zu guter Letzt noch das Offensichtliche. Absolut am effizientesten wäre natürlich, man zieht sich seinen gesamten Jahresvorrat mit Kraft der Sonne. Ich weiß, ist nicht Thema des Videos, aber definitiv wichtig genug, es nochmal zu erwähnen. Nun, liebe Freunde des optimierten Anbaus. Umergänzung, Kritik, Mitteilung jeder Art sei gebeten. Ihr wisst ja, auf die Art lernen wir auf Turbo. Nächste Woche gibt's wieder einen Grow am Zweitkanal, nämlich aus dem Ponsanto Koffer. Also bleibt dran, genießt die Sonne. Wir sehen uns.